Was ist der Traum? Also es ist toll, man wird wirklich vom Chauffeur abgeholt, direkt ins Hotel gebracht, sehr freundlich, das ganze Personal ist sehr, sehr freundlich. Man fühlt sich einfach aufgehoben und voller Vertrauen auch. Also am Anfang ist man natürlich ein bisschen nervös und ja, geht es alles gut und finde ich dann alles, aber sie begleiten einen so toll, dass es eigentlich überhaupt kein Problem ist, hier anzukommen.